In dieser Schule passieren schreckliche Dinge. Es gab einige schreckliche Zufälle und ein Geistermädchen soll in dieser Schule spuken. Hallo zusammen! Heute gibt es ein etwas kürzeres Video für zwischendurch. Aber ich fand die Geschichte ganz interessant und wollte deshalb ein Video darüber machen. Es geht um die Rizal High School auf den Philippinen. Die Schule steht sogar im Guinness Buch der Rekorde, weil sie die meisten Schüler der Welt hat und die größte Schule der Welt ist. Ein junges 14-jähriges Mädchen ist dort gestorben, als sie ein Selfie machen wollte. Sie stürzte aus der dritten Etage auf den Boden und war sofort tot. Seitdem erzählen sich die Schüler und Schülerinnen der Schule schaurige Geschichten und präsentieren schaurige Fotos. Immer wieder soll es an der Schule passieren, dass eine seltsame Gestalt auf den Bildern erkannt wird, die beim Aufnehmen nicht dagewesen ist. Wie zum Beispiel auf diesem Bild. Es sieht aus, als würde jemand in der Ecke kauern. Kann natürlich auch ein normales Mädchen sein, das die beiden pranken wollte oder sogar zu ihnen gehört und sie absichtlich dieses Bild so gemacht haben. Kann aber natürlich auch ein klassischer Photoshop sein. Oder dieses Bild hier. Es sieht eigentlich wieder nicht wie ein Geist aus, sondern wie ein normales Mädchen, das im Hintergrund steht. Mir ist noch aufgefallen, dass die beiden eine andere Schuluniform tragen, als die beiden auf dem ersten Foto. Ich dachte immer, dass die Schuluniform gleichbleibend ist, aber vielleicht ändert sich diese auch von Jahrgang zu Jahrgang. Kann natürlich auch sein. Auf diesem Bild wurde der dunkle Gang der Schule fotografiert. Man sieht dort wieder eine Person stehen. Kann ein Geist sein, aber auch wieder nur einfach ein Mädchen. Es gibt leider auch echt mehr Informationen zu diesen Vorfällen. Was denkt ihr darüber? Spukt ihr wirklich ein Geist einer toten Schülerin? Oder erzählen sich die Schüler der Risser Highschool nur Gruselgeschichten und faken Bilder, beziehungsweise pranken Mitschüler, um die Story am Leben zu erhalten und glaubwürdiger zu machen? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn euch solche Art von Video gefällt, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, um nichts mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Willkommen auf der Endcard. Links gelangt ihr zu einem mysteriösen Video namens Muerte und rechts gelangt ihr zu den 15 gruseligsten und unheimlichsten Aufnahmen von Gigacamps. Viel Spaß!